hallo leute hier ist Timo wieder in Tupcu wieder ja ich habe mich entspissen in Sport ich habe jetzt mal Sport gemacht und ich habe eine Frage hat Dresden 21 ein Spielkein in Sport? ja will ich euch Spielkein in Sport haben warum mache ich mal drei Sport in Dresden 21 hat Dresden 21 ein Spielkein im Sport oder nicht was Spielkein hat warum kann das Sport machen ist er Dresden 21 mehr Spielkein anbringen kann oder nicht ich finde das ist eine Frage Dresden 21 und ja ich wünsche mir einen schönen Tag von Timo Hampel